Black Ops 2 Ich, der eigentlich sonst bei Black Ops 2 nur reinkackt, nur verkackt, sich glaube ich bis Prestige 1 durchgepimmelt hat, rumgekämmt hat, dann das nächste Prestige angefangen hat, durchversucht hat, jetzt bei 55 gelangt ist und bis er die AN bekommen hat, zu dem Zeitpunkt, hier ich kann ja mal auf die Statistik machen, seht ihr, ich bin noch 54, hatte ich die AN nicht, diese überpowerte Mistwaffe, Drecksding, und hab halt, wie gesagt, hier mit dieser MP7, ihr seht's ja schon, im Haus gecampt, also wer jetzt hier ein super geiles Rusher-Gameplay erwartet, kann das vergessen, wenn ich rushen würde, würde das mit 7 zu 25 ausgehen, ich hab hier dieses Haus die komplette Runde lang abpatrouilliert, wenn man das so sagen will, da kommt der nächste, seht ihr, nicht mal richtig geaimt, so gerade noch getroffen, weil er mich nicht gesehen hat. Was hab ich denn hier, MP7, ich glaub Schalldämpfer und Vollmantelgeschoss, Abschussserien, seht ihr allein schon, dass das nubig ist, Drohne, Konterdrohne, Hunter-Killer, weil ich dachte, mehr erreichst du eh nicht, gerade die Bombe hochgejagt, sonst spiele ich dieses Spiel nämlich eigentlich nie, ich hab's jetzt nur vor ein paar Tagen mal wieder angefangen, guckt euch dieses Aiming an, Traum, oder? Da seht ihr wieder, alle Abschussserien erreicht, Hunter-Killer, ist persönlich ja das coolste an Black Ops 2, ich find's erst ein bisschen lächerlich, so ein Papierflieger mit Sprengstoff dran, aber irgendwie find ich's mittlerweile schon interessant, und da fing's an. Jetzt hab ich die AN-94 aufgenommen und dachte mir, aha, da spielen so viele mit, die muss ja geil sein. Bin jetzt hier um das Haus rumgeschlichen, keine Angst, ich lande gleich wieder im Haus und nicht nur für kurze Zeit. Wie gesagt, kein Russia-Gameplay, es ist vercampt, es geht nicht mehr, an der Stelle geht's ja hier noch, aber es wird schlimmer, es wird schlimmer. Dieses Haus hier oben wird noch wichtig für dieses Gameplay. Ich dachte mal, du kannst nicht immer nur WWE bringen, bring auch mal was anderes. Könnt ihr mal sagen, wie euch das gefällt, vielleicht, wenn ich noch irgendwann noch mal ein paar andere Gameplays rauskriege, live werd ich nicht aufnehmen, weil dann krieg ich wirklich gar nichts zustande. So, und da, mein Team sieht nicht, dass da einer rumschimmelt, er sieht mich auch nicht und ausgeschaltet. Und da haben wir schon wieder die Abschlussserien. Ich spiele immer mit der Kombination, weil so erreiche ich wenigstens mal was. Wenn ich jetzt Loadstun nehmen würde, würde ich ja nie was erreichen. So, jetzt sehe ich auf dem Mampa, über dir in deinem geliebten Haus ist wieder einer, hochgerusht, geguckt. Oh, was ist das? Fail, daneben gemessert und dann einfach mal aus der Hüfte weggesprayt. Ja, ihr seht schon, also das hat hier nichts mit High-Quality-Pro-Gaming zu tun, das ist einfach nur stupides Draufgeballere. Hier, genau dasselbe, neue AN aufgenommen, einfach aus der Hüfte, kein Scope, einfach drauf. KD, seht ihr ja, wächst langsam, 12 zu 0, da lief echt 13 zu 0, da lief echt bei mir. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man an diesem Spiel so Spaß haben kann. Also das war jetzt wirklich eine Ausnahme, diese Runde bei mir. Es wird ein netter KD, es wird eine Achter-KD am Ende sein, über eine Achter-KD. Hier wieder auf dem Fenster bereit, Brett stehe ich hier rum auf diesem Dach und spraye alles weg. Er sitzt in der Ecke, ja, und ich halte einfach mal sinnlos drauf, treffe nicht. Ja, er hätte nur weglaufen müssen, jetzt haben wir natürlich noch den Orbitant-Satellite, der bringt natürlich noch mehr. Ja, und dann hat er verkackt. Also bei Battlefield 3 reiße ich dauerhaft bessere Scores als hier mal. Das ist also, ihr müsst wirklich bedenken, ich mache sonst hier nie solche Gameplays, also am Ende wird es echt gut. Jetzt sind wir bei 17-0 angelangt. Ja, und hier, ich stehe wie gesagt mehr oder weniger nur hier in diesem Haus mit der ARN, diesem Mega-Biest, überpaute Waffe schlechthin. Ich habe sogar im Account momentan, ich glaube, als ich das aufgenommen hatte, hatte ich noch eine 1,4er KD. Fragt mich nicht, wie ich an so eine KD gekommen bin, bei Battlefield habe ich glaube ich einen 6 oder so. Runtergesprungen und das war der Fehler. Runtergesprungen, weil ich dachte, den kriegst du und dann stand hinter mir schon einer. Ja, und da seht ihr, ich habe die ARN noch nicht, MP7. Also ich denke mir, rennst du wieder zur selben Stelle, pimmelst du da wieder rum, vielleicht liegt da wieder deine schöne AN-94. Ah, erster Mann geholt und jetzt heißt es natürlich, wo ist die AN-94, die brauchen wir. Und gleich habe ich sie, glaube ich, hier wieder, weil da ist sie, AN-94. Lag da schön rum, da ist der nächste Gegner wieder einfach drauf, sub, 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 ist der Gegner weg. Also dieses Spiel hat echt Spaß gemacht, ihr seht, wir sind bei 20 zu 1, allein guckt euch die anderen KDs im Raum an. Man kann mir doch nicht erzählen, kann man mir einfach nicht erzählen. Zum Beispiel Gegnerteam, dass man mit 2 zu 12 noch Spaß an dem Spiel hat. Also, wenn ich bei Battlefield solche KDs reißen würde, dann würde ich das Spiel nicht mehr spielen. Wenn, ist es meistens eine 1,5er KD, mindestens. Ich bin kein Oberpro, aber ich schaffe es zumindest bei Battlefield 3 so zu spielen auf der PS3, dass ich nicht im Minusbereich lande. Ich habe leider die ersten 40 Level bei Battlefield 3 verkackt, sonst wäre meine KD mit Sicherheit besser. Ah, da versuchen sie schon, mich mit der Granate zu ködern, aber die geht voll daneben. Ihr seht, ich stehe hier mehr oder weniger nur auf dem Dach rum. Es ist, wie gesagt, nichts, was mit viel Skill und Rusherei zu tun hat. Mehr oder weniger Rumgecamper auf dem Dach. Abschlussserien sind halt immer dieselben und es ist auch immer dieselbe Runde. Ich bin halt gut abgegangen. Ist jetzt gleich vorbei, in den letzten 15 Sekunden. Da dachte ich mir, ach, da ist doch noch einer, aber dann kommt er nicht raus. Und jetzt ist im Haus wieder Action angesagt. Und da ist er wieder weg. Einfach mal aus der Hüfte, komplett sinnlos, rumgesprayt und einfach mal getroffen. Diese Waffe ist echt unglaublich stark. Da, der nächste, einfach, ich glaube, ich habe ihn nicht mal richtig getroffen. Guck mal auf den letzten Hitmarker, der war irgendwo neben dem Körper. Da fliegt wieder der nächste Papierflieger los. Konterdrohne, damit sie mich wieder nicht sehen können. Ich habe keinen Ghost drin, also so noobisch bin ich dann doch nicht. Ich habe nur Hardliner und Plünderer, aber das haben ja viele. Aber Ghost, das ist mir dann doch zu widerlich. Das hatte ich auch schon bei Black Ops 1 nicht. Ein Grund, wieso ich mir dieses Mal Black Ops Ghost auf keinen Fall kaufen werde. Ich hatte schon gesagt, nein, Black Ops 2 kaufe ich mir nicht, das wird schlimm. Habe mich überreden lassen bei Freunden und meinte, na komm, sonst zockst du ja gar nicht mit uns. Habe ich es mir gekauft und was ist passiert? Sie haben es entweder nach dem ersten Plastisch verkauft oder spielen es nicht mehr. Und jetzt spielen wir es halt, wie gesagt, noch in einer kleinen Runde. Ja, das war der erste Teil des Gameplays. 25.2 am Ende nochmal blöd gestorben. Also das sind echt Raritäten-Gameplays. Bei mir sowas werde ich wahrscheinlich nie wieder hinkriegen. Jetzt müsste, glaube ich, auch noch der zweite Teil kommen, wenn ich mich nicht irre. Oder, ja, da kommt noch der zweite Teil. Seht wieder, MP7, Schalldämpfer, Vollmantelgeschoss. Und es geht wieder zum altbekannten Ziel ins B-Haus. Und da wird jetzt wieder schön rumgecampt. Ja, seht ihr? Ich warte hier headglitschend hinter dem Bus. Ja, erster Kill. Abgeduckt. Zweiter Kill. Gegner ausgeschaltet. Wunderbar gemacht. Ja, so kann man sich hier an den Kill-Serien ranarbeiten, indem man ein bisschen rumhängt. Einer aus unserem Team jetzt auch noch mit dem Loadstar. Also das ist natürlich die komplette Zerstörung für den Gegner. Und ich warte wieder, wie es sich gehört, in meinem B-Haus. Ich glaube, da hätte ich schon fast Wurzeln schlagen können und Miete zahlen können, so oft wie ich da war. Ja, kommt gerade nichts. Ich renne hier sinnlos rum. Ich habe mir aber auch gedacht, in diesem Moment, nee, gehst du nicht zu weit. Aber da habe ich ihn gesehen. Und jetzt wusste ich einfach, es ist Call of Duty, Achtung, Camper. Ich wusste es einfach. Und ich habe da gerade nicht im Gameplay live die Waffe durchblitzen sehen. Ich wusste aber einfach, er sitzt da. Rennen dann vorbei, umgedreht, er noobt rum und er ist weg, MP7. Klar, das ist jetzt auch wieder nicht das beste. MB7 ist ja, glaube ich, eine ziemlich OP-Waffe, würde ich mal fast behaupten. Aber ich wusste es einfach. Ich dachte mir in dem Moment, Achtung, es ist Call of Duty, da muss einfach einer campen. Am unmöglichsten Ort, da hinten in dieser Tankstelle, wo eigentlich keiner sonst lang läuft. Also nicht viele auf jeden Fall. Jetzt hier wieder, jetzt wird es, jetzt wird es, glaube ich, interessant. War das die Aktion mit dem Haus? Ja, jetzt kommt gleich noch eine nette Szene. Jetzt kommt der Haus-Bash-Aka-Lucarano. Hier, erstmal der weg. Hätte ich auch messern können. Und da kommt der Nächste durchs Fenster. Sah aus wie ein Gegner, war aber nur einer aus meinem Team. Und jetzt habe ich eine nette Waffe aufgehoben. Vektor, irgendwas. Und die fand ich richtig nice. Spio rausgeknallt, weil ich dachte mir so, ah, willst ja nicht unbedingt, dass du nachher einen im Rücken hast. Guckst du mal besser lieber auf die Map, der da hinten stand ganz still rum. Den konnte ich einfach holen. Hunter-Killer, wieder unterwegs. Also ihr seht, ich erreiche viele Kills. Weakst halt nur die kleinen, aber ich erreiche sie wenigstens ein paar Mal. Wenn ich Loadstar nehmen würde, würde ich da niemals hinkommen. Und jetzt heißt es schimmeln. Was macht der Typ? Weiß nicht genau, was er tut. Kommt rein und dann wird sinnlos drauf gesprayt. Und da habe ich das Level aberreicht. Und da war für mich klar, nächsten Runden werden mit AN94 gespielt. Habe ich dann auch gemacht. Und jetzt wurde es interessant. Der Typ auf dem Fenster. Und jetzt kommen noch so ein paar kleine Hauszehen in kurzer Zeit. Hier runtergeguckt, niemand da. Und jetzt kommt die Sandex geflüchtet und Double Kill. Sehr schön, da standen sie einfach rum und haben gewartet. Und dann kommt der Typ. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ist der da gespawnt oder? Ich habe ihn nicht gesehen. Der stand auf einmal im Raum. Naja, schade drum. KD kann man ja mal einblenden. 35-3. Also kann man mir nicht erzählen. Das werde ich nie wieder schaffen. Guckt mal ins Gegnerteam. 22-25. Da könnte ich mir einen Strick nehmen bei Battlefield. Ich verstehe nicht, wie man daran Spaß haben kann. So und jetzt wieder, wie gesagt, diese Region hier beim B-Haus. Die haben wir gut gehalten. Das ganze Team hat auch gut mitgespielt. Ein oder zwei Freunde waren, glaube ich, dabei. Ich gucke mal eben. Messi. Ja, Messi ist ein Freund von mir. Und der hat halt mit mir ganz gut aufgeräumt. Und der hatte halt auch nette Killstreaks dabei. Auch immer eine Drohne, wenn ich mal keine hatte. Und den haben wir jetzt hier schön durch die Wand. Und den? Oh, den habe ich nie gesehen. Und der ist doch gespawnt oder nicht? Ist der da nicht gerade gespawnt? Sagt es mir mal. Also generell diese zwei letzten Kills. Das sieht für mich beides so aus, als wäre der direkt vor meiner Nase gespawnt. Und da ist der Sieg. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch eine Runde weiter geht. Ja, es geht noch eine Runde weiter. Ihr seht, noch ist es ja keine 8er KD. Doch ist es sogar schon. Sogar dick. 37 durch 4 sind ja irgendwas mit. 8,6 glaube ich. Wenn ich mich jetzt verrechnet habe, nimmt es mich nicht ernst. Äh, übel. So, letzte Verlängerung noch. Jetzt muss es entschieden werden. Und jetzt kommt wie gesagt Messi. Hier neben mir. Und wirft Vorräte. Da durfte ich dann mal eben dran. Weil ich eigentlich nicht mit Vorräten spiele. Weil ich keinen Bock habe zu warten. Da hat er mich die nehmen lassen. Ja, hier. Der schöne Wächter. Da habe ich mir gedacht. Ah, der passt doch wunderbar. Den stellst du dir in dein B-Haus rein. Auch wenn er gerade nicht das Ziel ist. Aber den packst du dir da rein. Und farmst du alles ab, was dann angelaufen kommt. Hier erstmal gewartet. Weil ich gesehen habe, da ist schon jemand im Haus. Ah, da habe ich ihn gesehen. Da rennt er weg. Und da ist der. Er wollte mich messern. Hat es verkackt. Aber da ist ja noch einer im Haus. Haben wir ja gerade gesehen. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt weiß ich. Los, rein da. Er ist oben geguckt. Und jetzt kriege ich das Kommando. Muss ich ja ehrlich zugeben von meinem Kollegen. Ey, stell doch mal den Wächter unten ins Haus bei B rein. An die Tür. Habe ich gemacht sofort. Genau hier in den Torbogen. Weil da laufen sie oft durch. Und was passiert? Wächter Unterdrückung. Und Wächter Kill. Wunderbar. Und direkt noch ein Kill hinterher. Perfekt hingestellt. Natürlich, wenn die Gegner aus dem Haus draufschießen würden, würden sie ihn schnell haben. Habe ich mich umgedreht. Aber der Orbital Satellite hat ja gerade gezeigt, alle sind bei ihnen im Spawn. Ordentlich draufgesprayt. Assist bekommen. Und jetzt, wo habe ich gesehen? Links. Habe ich mich denn auch nach links gedreht? Ne, ich warte hier mehr oder weniger noch. Und da kommt der nächste. So gerade noch bekommen. Hunter Killer muss jetzt raus. Drohne muss jetzt raus. Weil die Runde halt dem Ende entgegen geht. Ah, ist schon gesetzt. War auf jeden Fall ein ziemlich nicees Gameplay von mir. Also da war ich echt überrascht, dass es so gut läuft. 41,4 seht, da steht es gerade für mich. 42,4 schon. Und da sterbe ich. Durch die MP7 in den Rücken. Schade, da ist der fünfte Tod. Und das wird auch die NKD sein. 42,5 glaube ich. Das wird, glaube ich, das Ende sein. Bin mir gar nicht sicher. Oder, ja. Loadstar von unserem Team natürlich auch noch. Und guckt mal, wer hier neben mir steht. Ich habe ihn nicht gesehen. Spult nochmal ein paar Sekunden zurück. Der Hammer. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ja, und da haben wir gewonnen. Bei uns im Team. Der war auch noch gar nicht so schlecht hier. Der war richtig gut. 58,5. Der Level 44er. E-Ranger. Assi. Wie auch immer. Ja, war eine nette Sache. Hier nochmal die Statistik. Hab halt mal was anderes aufnehmen wollen. Hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr es nochmal wollt. Sagt Bescheid. Das liegt natürlich daran, ob ich nochmal ein geiles Gameplay habe. Sonst schickt mir mal Gameplays über Skype. Vielleicht geht das, ja. Wir sehen uns. Bis dahin. Ja, im alten Sinne. Hell yeah.